Als ihre Lehrerin mit dem Rücken gegen die Klasse etwas an die Wandtafel geschrieben hat, verschwand sie durchs Fenster, ließ sich an dem Fallrohr runter. Ich wollte wie sie sein. Ich wollte selber Missionarin sein. Und sie wollte eine Mutter mit vielen Kindern sein. Das war schon schwierig. Viele Leute, die jetzt 30, 35 Jahre alt sind, liebten Hazel und Patricia mehr als ihre eigenen Großmütter. Ich glaube vor allem wollte Patricia, dass Menschen den Jesus kennenlernen, den sie liebte und dem sie diente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017